Hallo und herzlich willkommen, ich bin hier gerade mit Serum1660 und Left4Own und ja, wir haben da einen Uraltruck und da momentan der Bug auf diesem Server oder überall kursiert, dass die Autos nach Server Restart despawnen, also den Uraltruck haben wir nur noch ein paar Stunden, dann haben wir uns gedacht, dass wir den dann kaputt schießen und das aufnehmen, wie toll der auflampt. Deine erste Ansprache war besser, mach die nochmal. Nein, okay, ja, dann auf drei öffnen wir das Feuer. Ja. Okay, eins, zwei, drei. So hat was passiert? Und kaputt war das Ding. Geil. Explosiert, glaube ich, noch ein paar Mal. Ey, mach mal nachts sich Gerät aus, wie geil das aussieht. Ja, Mann. Okay, jetzt stellen sich zwei davor, hoffentlich explodiert er nicht. Er ist schon explodiert. Würde ich mal so tauben, ohne Räder, ohne alles. Sieht schon geil aus. Lass einsteigen. Komm, Foto. Typisches valutieren. Lukas. Das ist überblendet ein bisschen. Wir müssen uns ein bisschen... Ah, Mist. So hier vor dem Baum? Ach, egal. Ich sag's Foto, verdammt. Überblendet scheiße. Aber... Ein Magazin war noch nicht mal leer. So, ein Foto war das... Ja, ich hab acht Schüsse reingeballert. Ich 98. Ja, naja. Waren ziemliche Überblendungsfotos jetzt. Ah, leuchtet er schön. Und guck mal die Zelte an, wie schön das alles aussieht. Das machen wir immer, wenn wir ein Auto haben, oder? Das machen wir immer, wenn wir ein Auto haben. Wir stellen uns da hin und bam, 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 bam. Solange das noch rumbackt, ne? Wenn wir dann eins dauerhaft haben, dann machen wir das lieber nicht. Mir keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Problem auch habt, dass die Autos nach Server Restart jedes Mal wegbucken. Swagmobil, acht Punkt auch tot, alles klar. Ja, das war, glaube ich, schon das neuner. Swagmobil. Na gut, dann werden wir die Aufnahme. Ne, der Server-Bug hat mich nur bei uns. Sicher? Glaube ich. Also ja, es schreibt keiner anders. Deswegen sagt einfach mal Leute, ob ihr das auch habt, den Bug. Ansonsten, ja. Gut, ich beende die Aufnahme. Oh mein Gott. Mach mal schaust. Oh mein Gott. Ja, ich beende die Aufnahme und bis dahin. Ciao. Ciao.